Musik 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 Die Spektor steht aber schon die erste Hang rein stellen Ehti Astiga F**k Ich habe nie gespült, der Schmutz Komm ich ins Visier rein? A2, A2 Einen habe ich schon geheilt Nein, mit A2 kommen wir nicht rein R3 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 A2 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 A3 A2 A3 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 Sooom. Aber ich check nicht mehr. Was geht hier? Objektiv, manche ja etwas reinnehmen glaube ich. Ich glaube, das ist wie zuerst von hier. Ja, das ist so wie suchen und zerstören glaube ich. Die sind hier. 2 gegen 2. Ja, die sind hier oben. Oben. Ah, sie sind hier oben. Ja. Ja. Ah ja, Fenster dahinter. Ich muss glaube der Sedina noch kaufen. Du musst sprayen, du musst schon besser sein wenn du sprayst. Der Sedina hat alle verdammt viel. Das ist gleich dort, Sascha. Ich habe gleich links. Hier vorne kommst du links. Ah, dort ist auch noch einer. Denken wir mal an, ich habe eine wie eine Salve. Geld? Ja, du musst Burschen dabei. Burschen? Kann du da steigen? Ja, ich leitere. Leit dich ein, aber ich probiere es. Nein, ich lege die Lenker ab. Komm mal. Jetzt GG Jungs! Hat jemand gewonnen? GG! Kein Problem. Hat jemand den geringsten Schaden genommen? Den geringsten Schaden genommen. Köpisch. Ich habe viel Riesen der Runde. Ja, ich will schreien gerade. Ja, ich muss nicht sagen. Ich will nur sagen. Ah, alles klar. Zwei. Oh, sie pushen alle da. Ah, sie pushen alle. Das ganze Team pushen in die Seite. Ja, sie sind für damals. Dropped. Machen! Nicht genau die Waffe für den Kult! Nicht genau! Jetzt abgelehnt! Ja, ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Oh, wild! Wie das geht! Das wird auch noch. Ah, rechts, rechts! Hinter dir, hinten! Rechts, rechts! Wild! Noch einer! Ah, das ist Renko-Gott. Wie die Scheiss! So, das gibt es für einen kommen. Mann, nur Renko-Gott! Das ist ein richtiger Laie! Was ist das? Doch nie so etwas allein! Ich will die Tulis haben. Wir müssen uns nicht legen. Ich sage noch was es ist. Nein, wir auch nicht. Du bist noch die Waffe allein! Ja, jetzt kommen wir! Das erste kommt schon rein! 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 8 Kult! 1 Kult! 2 Kult! Das erste, du musst viel mehr... Ich weiss nicht! Du musst viel mehr im Fals-Brey als rückheimen! Ihr habt euch gesehen! Du musst fast gar nie richtig... Ich weiss nicht! Das ist ehrlich! Ich gehe fast fast nie! Ja! Ausser wenn es richtig weit... Richtig long range ist! Kann man hier... An verlassen? Kann man hier verlassen? Nein! Ich muss verlassen und neu suchen! Ich denke, wir gehen dann eine neue Runde lassen! Aber im Fals... Es ist irgendwie noch nice! Wir müssen auch euch verlassen! Wir finden ihn auch nice! Vor allem, wenn man kommt doch erst dann, wenn man verliert! Ja schon, ja! Oder ist das noch beim ersten Mal? Doch, wenn man kommt doch erst dann, wenn man verliert! Aber ich mache gleich eine neue Runde! Ich finde es richtig nice, der Modus irgendwie! Ja! Ja! Ist nicht geil! Ist nicht geil! Kannst du richtig anfangen zu trainieren? Ja! Und schon jede Waffe kommt ein bisschen dran! Weiss! Kann schon die Waffe trainieren, wie es sich fühlen! Es ist fast nur ein Skistang! Wo man... Kannst du noch etwas dafür für den Skistrag? Ja! Ich bin ganz gut! Das ist ein KID! So die Beine! Ich kann den nicht gebrauchen! Bei einem Sinkill nichts mache ich da nicht! Kein Problem! Kein Problem! Es ist ein Shotgun und ein MP! Jetzt wird es richtig interessant! Auf dieser Seite? Richtig interessant! Egal! Die Dämonen lernen! Gleich richtig ab! Ich gehe eigentlich zum Ziel! Sag sie vielleicht! Ich gehe eigentlich 1,5 Minuten zum Ziel! Hm, ehrlich ehrlich ehrlich! Ja, das machen die glaube ich auch so aus! Es gibt auch zwei oder drei Leute! Ich habe keine Munition! Oh meine MP! Keine Munition! Danke! Danke! Ich gehe auch nicht! Längst, längst, kommt einer durch! Loh! Loh! Kein Problem! Ich fähre! Schreif! Ich bin noch ein K-Tropp! Sag doch siehst du! Ah! Halt! In den Code! In den Code! Eben die Runde müssen wir holen, Boys! Ja, und... Ohne Munition! Hm! Er fällt gleich gleich gleich! Von diesen! Von diesen Händen! Einer, wo da ist! Wie kann man markieren? Äh, linker Stick! Linker Stick! Hast du einen Goli? Hast du einen Luca da? Ja, ja! Den habe ich, den habe ich! Ehre! Ehre, Boys! Ist immer noch dort, Luca! Jocker nach vorne holen! Ich würde uns wie Jelke! Oh! Oh nice! Vigor! Vigor! Oh! 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 Maschinen! Eh, Jungs! Richtig drinnen! Oh! Oh! Ich gehe hängen! Ich gehe hängen mit dem Sniper! Safe! Safe! Hä? Aber ich fahre immer in den Haufen! Wie lässt du dich rechts hoch? Ah! Ah! Da hinten, hinten! Jawohl! Hehehehe! Ich fahre! Ich fahre! Ich fahre! Ich fahre! Aber die ist schlecht! Ich habe mal gesnipet einen wie ein Jungen dort! Oh! Ich habe es gesehen, das hast du richtig Waffe lassen! Alles komplett fremiert! Und die haben rein! Kann man da schnell... Da sind drei rein! Ah! Ich bin richtig down gegangen! Alex Fasker los! Ich bin recht deutsch irgendwie... ...und mein Anmerk... ...den Alex... ...und recht noch ein deutscher Song... ...und ich bin halt hinten mit! Oh! Ah! Die Türen haben gegeben, Bruder! Ich hätte einen Bodyshooter sein sollen! Oh nein! Ah, die Jungs... Bitte! Die Rudi müssen wir auch noch holen... ...hehehe... Es war zu krank! Oh, er ist so krank! Weiß, was wir richtig ein paar Leute wegpicken... ...mit dem Sniper. Wenn ich sage, dass es nicht meins ist. Der 1, 2, 1, 8. Oh, bei mir! Der 1, 2, 1! Ja, ja, ja! Annen! Hält! Wo ist der Letzte, Werner? Ich kriege dich am Schimmeln. Ah, ich sehe ihn. Das ist ganz auf der anderen Seite vom Webber drauf. Dort. Ah, ich sehe ihn. Ah, Wechseln! Der Wechseln! Er ist oben auf dem Steil. 1, 2, ich gehe mit der Strotflinte hinten hoch. Halt, wie der Puscht wird. Ich kann mich drauf fallen! Wir haben den Gehre! Er hat ihn gehre! Ich kann mich drauf holen, in der Hoffnung, dass sie ihn bekommen. Oh, ich habe richtig Druck gespresst! Das Mundx für uns hat meinen ganzen Bildschirmen gehalten. Er hat richtig durchgemacht. Ja, wir werden auch! Wir werden auch! Wild! Was ist denn los? Sandorf, dass das Spiel erst gerade angefangen hat? Sandorf ist richtig Dämonisch, alles klar, er ist richtig deutsch. Dass das Spiel erst gerade angefangen hat. Nur mit dem Mitteln muss sich in der Füge gestört werden. Der hat nur ein Leben gespült, Alter. Ich muss es dann erst richtig geben. Was ist denn klar, ey? Sie haben nur 1000 X-Präsidenten bekommen jetzt? 500. Ah, es ist ungefähr welches Ding es wird. Ah, ich habe 4000 bekommen, im Fall. Es kommt ungefähr was für Sachen du willst. Was für Platzierung das hast du? Insgesamt haben wir 3 Tote, so. Hahaha Ich dachte усwähw要 was für den Monen. Ich dachte усwähw w ell s fois für den Monen haben wir jetzt wieder getroffen. Ah der Klüts hat nur drei Paarden rausgehauen, Deine die Mission nicht rein. Ich sehe ihn nicht, ich sehe ihn nicht. Das haben wir direkt ihre Blättern gesehen. Ja. Jetzt sind wir von Rotlock montiert. Oh, ich hab den Knohan, Bruder. Life destroyed. Gibt's jetzt eigentlich friendly fire, oder? Ja, ja. In diesem Modus. Ja, ja. Drossen, auf der Seite. Ja, ja, ich sehe. Ja, ja, ja. Zwei, beide. Ja, ja, ja. Zwei Schuss ins Shooter, und einer im Kopf, und er geht nicht an. Ja, er geht mir, er geht mir. Warte, Miro! Mit der Anker auf die Range, Alter, mit der Anker auf die Range, krank! Fahnsinn, sie sind richtig übergegangen in diesem Game, Herr Riech. Ticker. Also, Lukas, Halt ist schon weg vom Shaqiri eigentlich. Ja. Ja, aber heute können wir's schlucken. Das Problem. Was? Gaut, hallo? Spinn's? Ist schon alleine um... Gaut, wie heute? Musst du richtig hinten rutschen, im Fall. Ja, das ist immer was. Ist der Landkrieg schon drin? Doch nicht. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Ah, musst du die Flagge reinnehmen? Musst du dich mit abnehmen? Ja. Ja, ja, du musst die Rückfahrt. Lauf da auch rein. Ja. Yes! Peace! Kein Problem! Sie sind wie Franzosen, Jungs! Franzosen! Sag mal, wie es ist, Jungs! Ja, sag mal, wie es ist! Sie sind krank, die Gegner. Ach, es geht! Einer! Einer von denen! Ich sehe sie nicht, oder? Du musst besser schauen. Hier links sind die Kimber. Sind noch mehr dort? Richtig auf, die Dubs. Saschi geht alleine. Oh! GG! Get rekt, son! Get rekt! Geht richtig ab! Klip, 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 klip! Ja, du wirst ja auch drei Code. Wirst du schon, dass ich drei Code habe? Ja, die ist für dich nichts. Ich habe die wichtigen Code. Ja, aber du bist nicht alleine gewesen, weisst? Klippe, ja. Du hast eine Unterstützung im Backup. Bild, bild. Klipp des Tages. Ja, das weiss mache ich Klipp des Tages. Ja, das weiss mache ich Klipp des Tages. Nur hat man hier die Marker gemacht. Fehler in der Anwendung! Nein! Fehler in der Anwendung! Das ist eine Code-Tone. Das ist eine Code-Tone, GG. Ich weiss, ich weiss. Aber Fehler in der Anwendung bin DOS. Ich sehe es doch nicht, ja? Nein, aber auch nicht. Oh! Oh! Die Schein des Scheines! Oh mein Gott, Digga! Krank! Die Klipp liegt ganz an der Anwendung im Ecke. Kann ich nicht markieren. OHH! Nein, nein! Ich habe nicht auf die Range. Na? Ganz hinten, ganz hinten sind die Zeug. Wie, als Stecker-Symbol, wo ich muss das schicken, was es aussieht. Ganz hinten. Ganz hinten. Ja, doch. Kann ich noch hinten nachentscheinen? Oben, es geht nicht. Ich stecke im Zucker. Lächelig, Lukas, du hast so richtig ein mit ihm. Ich sehe ihn noch nicht, oder? Ja. Ja, Klaas, dann müssen sie gleich das Zwie nehmen. Klaas, Klaas. Hose, Pritzi. Jetzt muss der eine Zwie nehmen, wenn der Zitablot ist, hätte er verloren. Er ist gleich ins Hötchen. Egal, weißt du? Das ist gar nicht richtig. Ich sehe ihn nicht. Er ist in der gelbe Hötchen. Gelbe Hötchen, Gelbe Hötchen, Bruder. Ja, ja, du musst... Du musst ihn an, er nimmt das Zwie. Blitz, 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 Blitz! 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 Nimm das Zwie! So. Er kommt. Ja, und ich zieh nicht. Er kommt weg. Oh nein, Bruder! Schade, 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 Schade! Schade, Schade, Schade. Ah, sie kommen zu. Ich komme zu. Das verlieren, das ist unsere Leitung schuldig. Sie wissen schon. Ja, das ist immer schuldig. Oh, Messer noch! Nein, Mann, das Messer ist so scheisse, Bruder! Hörn. Nein! Oh, was? Nein, es geht nicht, es geht nicht! Es ist einklemmt, es ist einklemmt! Er kann nicht raus! Er kann nicht raus! Er kann nicht raus! Und er kann nicht... Hey, wieso? Das Messer ist so scheisse, Bruder! Es ist so beschissen! No, 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 no! Schmeiß, ich weiß! Hahahaha! 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 Alter, wie haben Sie das Messer programmiert? Das ist so lächerlich! Richtig entschloh! Richtig entschloh! Richtig entschloh! Richtig entschloh! Alter, ist das so... Wird die kassiert heute? Wird die kassiert heute? Wird die kassiert heute? Wird die kassiert heute? Ja, wir haben die kassiert heute. Ich habe gesperrt, das Messer. Das ist so wild. Ah, du kannst zu lögen. Du kannst zu lögen. Das stimmt. Du kannst zu lögen. Ich bin krank! Mit dem Shot geht nicht mehr, was wir haben. Auf dem Teil! Er darf ich. Keine Ahnung. Er ist noch im Haus hinten. Mhm. Oh, Gott! Oh, muss los, muss los. Oh! Nils! 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 Aaaaah! Schade! Nils! 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 Metsch! 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 Wallagreise! Schau, ich kann nicht sehen, wenn du es falsch sagst. Sneaky angelehnt. Ich sehe sie nicht, oder? Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie im gelben Haus. Ich sehe sie nicht. Was soll sie sonst sein? Ich wäre lächelig, wenn sie mehr anders wären. Das war eigentlich hinten, wenn ich sie vordert hätte. Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie nicht. Ich weiß nicht, wie lange das geht. Nih! Luca! Ich war nicht! Ich habe nicht mehr den anderen. Ich habe nicht gesehen. Nein! 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 Kann man wohl bangen? Probier! Wir sind so dumm! Wieso schauen wir nicht auf die Zeit? Wir sind so dumm! 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 Wenn du den ganzen Tag klar verlierst, dann konzentrierst du dich auf den Weg! Ich hole nichts mehr! Ich gehe auf das gelbe Haus, wir scheisse gehen! Wir scheisse gehen! Es sollte eigentlich immer einer von uns direkt zum objective gehen. Objektive? Ja, eigentlich schon. Einer ist drin! Einer ist drin! Es hat Hitz! Ich sehe nichts! Er ist tot! Sie kommen jetzt! Jetzt habe ich keine Verbindung. Ich habe aber nichts gesehen. Schaut aber hinter mir. Ja. Mach mal da zu. Das zieht. Kommt, kommt bei mir, bei mir. Ah, nein, es kann nicht sein, Bruder! Da ist er! Lass ihn nach! Lass ihn nach! Lass ihn nach! Lass ihn nach! Mann, lass ihn nach! Mann, lass ihn nach! Wieso lässt du ihn nach? Mann, weißt du... Ich schiebe... Ja, ich schiebe... Das haben wir so gehackt. Nee, die kommen richtig auf die Leiter. Er sitzt richtig dort. Wo? Aha. Oder macht... Hier ist ein Räumchen, Achtung! Oh mein Gott! Oh! Nein! Er schabelt, schabelt, schabelt! Was ist er da? Er ist da, er geht da raus, ja! Das ist magic! Vorfälle! Wo ist das? Hingend ist Saschi! Oh, Saschi! So outplayed, Saschi! So outplayed, gleich am Schluss noch! Das war ein Jumpshot, ja! Ja, ich habe noch das Ding! Sieben Sekunden, sechs Sekunden! Irgendwann kommt unten rein! Wer ist Saschi! Ah, Saschi! Merci, 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 merci! Ah, nein, merci, merci! Ah, merci! Ah, merci! Oh, du findest nett, Saschi! Ja, also ich muss sagen, meine Erwartungen sind da nicht erfüllt worden, weil ich eigentlich mal gerne ein bisschen looten gehen und so! Ja, wenn wir sie hier auf den gleichen Modus empfangen! Ja, das ist klar! Nein, das ist verwirklich! Nein, das ist verwirklich! Wenn der Draw-and-off dann geht! Ist schon gewirklich! Aber ich meine... Aber ich meine, hier... Hä, haben wir jetzt einen Bot dabei? Aber die Map-Auswahl... Evil Quakes! Evil Quakes! Ich habe es eben bei mir gesehen, keine Namen bei dem! Ach schon, Evil auch, irgendetwas! Er geht zurück, er geht zurück! Er geht zum Objective! Oh, schön! Adler Augen! Adler Augen! Sag mir, wie es ist! Er hat gar nicht mehr mit der Aushebung vom Militär gekommen! Was sagt er jetzt? Ja, ich muss nicht mehr zum Optiker! Ich muss nicht mehr zum Optiker! Haha! Haha! Ja, pusht! Was macht der End-Evil Quakes von uns? Nix! 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 Die Bohnen! Wenigstens ist das hier für das Luftkussenspielen! Aha! Das ist ein Moussetech! Aha, ich meine, das ist ein Spawn! Wild, das ist schon mal gut! Hat ja eine Kill geholt! Ja, zwei ist schon! Ja, sicher! Nein! Es ist ein Schneeladen! Er hat die Evil Quakes! Randy, wo er einigermassen kann spielen! Ja, ich habe ihn auch eingeladen! Was ist das? Ja! Ich werde ihn eingeladen! Wo kann man ihn eingeladen? Ja! Fähr sein muss schnell werden! Ich kann nicht runter! Ich kann nicht runter! Ich sag dir! Ich kann nicht runter scrollen! Ja, du kannst auch noch nicht! Und Evil Quakes, eh! Ja, das ist ja geil! Ich gebe dir keine Freundschaften! Ja! 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 Ja wirklich, ich habe mehr als�� 자연 in den Aha! Warte, Longmiar! Ja, die G jest! Ich werde sie gehen! Hast du uns schon dajadiaaaa included?! Ja, ja. Bilancer. Es war auch schlecht für ihn. Oh, ist es drin! Oh, wer hat ihn gefunden, Jungs? Ich, ich. So, ist er in der Hütte drin? Ja, ich weiss, ich höre es. Kann ich das vertrauen, Jungs? Kann ich schnell klippen? Ja, ja. Wir rufen ihn. Einen habe ich auf jeden Fall in der Hütte. Tönerhütte. Nein, er ist klein. Sie sind aber nicht so klein. Er ist raus, glaube ich. Ist mir klein. Wo? 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 Ich sehe ihn nicht! Ah! Loll, wie er im Büschchen gesessen ist wieder. Nein! Was will ich machen, wenn ich mit der Schotter fange? Ja, das ist wirklich so. Er hat mitbekommen vorhin. Nein, was? Er hat alle 5 genommen. Er hat alle 5 genommen. 1 gegen 5. 1 gegen 5. Er hat gewonnen. 1 gegen 5. Er hat gewonnen. 1 gegen 5. Er hat gewonnen. Genau in diesem Spot. Genau in diesem Spot. Genau in diesem Spot. Genau in diesem Spot war er. Richtig irgendwie abzogen. 그냥요. Ihr passt nur der�leitungsärklicke. Für Ateza. Schöpfe. Hilf ihr den Mikrofon an Revolution? Ach, im PS4 stand auf deracyjischen Telefon. Hihihi. Ohhhhhhhh!!! Ohhhhhhhhhhhhhh!!! Er wird der Volt, er breit. Ummm, kommt mal los. Are you kidding? Klar! Nicht vorne, einfach ein Paintball! Ah, das ist so krank. Ich glaube, es ist nur eine Ruhe nach der Runde. Es sind nicht mehr zu schlecht, wir sind nicht mehr zu schlecht. Wir sind nicht mehr zu schlecht. Wir sind nicht mehr zu schlecht. Yo, was ist passiert? Hey, 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 hey! Oh! Oh! Frag! 3 gegen erreicht! This isn't good! Oh no! Das ist mir ass. Das ist noch so f***. Ich bin nicht mehr von Schwesterland. Ja, wir sind von Schwesterland, so wenn wir sprechen Schwester-German... Oh, okay. Scheiße. Ja! Ja! Ja, ja! Ja, ja! Ich glaube, es ist ein Leberhüter. Ich glaube, es ist ein Leberhüter. Wiederholfen... Sind das ι tribalvoll? Ja. Erstabgeist. Das Monster! Absicht! Das ist Klatsch. Oh ja. Ich will uns gleich einmoten. Hey! Hey! Nico, kein Laser-Zimmer. Ich bin Nico, kein Laser-Zimmer. Nico, du sollst etwas sagen. Ah ja. Ich bin ein YouTube-Zimmer. Ah, nein. Auf der rechten Seite. Above you, äh... Dirk! 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 We quello? Dirk.. Dirk! 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 Sack jazzy! Sack jazzy! Whatever this is blah! Hammer! I am with you! Are you anywhere? Ich bin ein Amerikaner. Ja. Do we know Papa? Wait, do I know who? Papa. Papa Salt. Papa Salt. Shut up, we had to. Shut up, walk. She's not the one. She's not the one. What time is it in America? It's like... 17 hours. Little after 5pm. Yeah, it's 5.30pm. Nice. What time is it there? 11.30pm. Okay. Six hours different. So, yeah. I have a friend who lives in... From Norway. And that's the same time soon. Yeah. Oh shit. I have black screen. I cannot see. After you start your game or what? Oh my gosh. No, no, no. I'm just gonna stay here. You guys need to win. Imagine! Sorry, erase. Yeah, it could also be a white screen. But no, it could also be a black screen. Oh my gosh. Yeah. Yeah. Cringe. Cringe. Boah. Right one burst with Trafica. Cringe. Also the best man. That's new song. Gabriel, girl. That's wild. Oh yeah. But now it's going to run for the two days. Oh, Sergei would have never found it. There he is. Lucas Brooks. Guys in German. In German. In German. Julia Nix. Lucas Brooks. Oh, Julian. The Germans are messed up. Ah, nice. I don't know. Why don't we take the Germans down, man? You have to. That's actually a principle. We are a lot more Germans than all Germans. Cringe. We started playing this game three days ago. Oh, hey, you guys are good. I told you. One ago. Only three hours ago. I don't know. What? I'm playing like a German. No way. Yeah, that's a good thing. That's a good thing. That's if you're really strong. And really sweaty. It's like a compliment. Oh, that's good. At the back. At the back. No money. No money. Ah, cool. How do you say go left in German? Go links. Go links. How do you say go right? Go right. Oh, there he is. He's here. Ah, fuck. Ah, motherfucker. Kill him. There we go. You got the champs done already? Jeez. Oh, there's three guys in there. Haha. Have you guys ever gone shooting? In real life? No. No. Yeah, yes. You have? Yes. He has a gun at home. How? From military to military. Uh, oh. Are you, you're in the German military? No, no. Switzerland. Switzerland. Okay, I'm in the US military. Ah, okay. Huge. Nice. In the Marines. The, uh. Yeah. Yeah. Yeah, you took. You took Vigor too seriously, huh? Yeah. Yeah. To say our puns. Yeah. To say our puns. Let's kill them. How do you say let's kill them in German? Yeah. Töten sie. Also lass sie töten. Lass sie töten. Lass sie töten? Yeah. Töten is like kill. Okay. Töten. Ah, töten, töten, töten. If you wanna say it like Adolf, you can say on the wall. Okay. On the side. Oh, I'm really sorry. Sony is really good at home to see if you don't have to pass. Mmm, they're good at home. Which one? Which one? Which one? The next one is right to the right. On the right. Nice KO. I said that, we'll have to pass. It's fine. But tomorrow we're all at the point. Yeah. Sony goes double to the right to the right, Wir müssen immer aufpassen. IP-Bahn, überall IP-Bahn. Spät, wenn ich sage. Das versteht ihr schon, das versteht ihr schon, Alter. You know, in Switzerland, that's not so... That's not so... That's not so a problem as in the US. You can say so. Ja, da hängst schon. Das war so dramatisch, also. Er sagt, wie ist es? Ja, da hängst ja. Ich sag dir doch, wie ist es. In Switzerland, ich sag dem Scheiss schon, Alter. Ich bin ja ein richtiger Lerner, sagst du nicht. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Emotional, man. Ah, richtig, Lukas, auch jetzt. Oh, da hat er Spaß noch. Oh, farming for loot, okay. Yeah, yeah, I get's. Who is watching porn? Hahaha. He's watching videoing right now. He's watching videoing right now. Oh shit, there's a lot of them. That's Fab Assault. She's a famous actress in our friend group. Yeah, I bet. Not a good actress, but... Guys, I'm fighting the entire team right now. Oh jeez. Hiding sword at diamond. Ace, ace, ace. There's one more. One more. There's one, here's there. Charge. Doesn't connect, lol. Doesn't connect, lol. What the fuck? Okay, you guys, don't go up there. Don't go up there. These bars. You can't hit through these bars, lol. Yeah, you can't shoot through them. What the fuck? What the fuck? Oh no, it's ridiculous. That's a... That's a game mechanic. It's... Yeah, it's kind of dumb. Because, you know, in real life, I mean, you can shoot through walls and shit, you know? Yes. Especially from walls of wood. Yeah. Yeah, especially walls of wood. Another tip, Quakes. If we go offline, we say... Have a show, not a minute. Say that slowly. Have a good one, but not mine. Ha... Have a good one... Have a good one, but not mine. Ha... ... have a good one. Say that only, say only, but not mine. Have a mine. Have a mine. Have a mine. Have a mine, yeah. But... ... but not mine. Yeah, but mine. Yeah, I'll get it. Hey, I'm gonna go on in the game. It's not weird. Okay... But mine. Just go on in the game. But mine. But mine. But mine. But mine. Aber in der Minna Okay It means, but not mine You say, have a good one But have a beautiful one But not mine Okay I see, oh, that's interesting No, no, no That's good, that's good I'll try to learn some German From the stream Can we get this game, Johnny Campers? Rouping freaks Yes, yes, we wait now I have AIDS I have AIDS You have AIDS? That's not good Yes, now I have You want some? No Come on I like boobies Now we can start I like Papa Salt Papa Salt Papa Salt What kind of name is that? One is not in the house, Luca I don't know who is in the house That's not going to dump Okay Papa Salt How do you say that? Papa Salt Papa Salt That's a weird thing What the hell? That's a weird thing What the hell? That's dumb That's dumb Yes, yes You want to support That's a good game You want to support Come on, man Why are you laughing? Why are you laughing? Why are you laughing? I can wait Oh, wild That's a camper That's a real head Oh, that's nice Oh, that's nice Oh, that's a T-Bag, please In which area of the United States do you live? Uh, in Florida Yeah Florida and south In the lighthouse I think this is the one in the lighthouse But we can wait We can just wait Until he has to take the No, no, no He must die Oh, fuck Oh, fuck You got me Nevermind, nevermind Wait, wait, wait Don't go up there Don't go up Oh, nice Oh, nice Keyback, keyback Wiery Nevermind, nevermind Yeah, it was tonight Does anyone live in Dusseldorf? No, we are Switzerland That's Germany All of you are from Switzerland? Yes Yeah Yeah Yeah, one guy There was only one German? I'm, no I'm from Switzerland But I'm living in Germany Oh, okay So we can play better True that True that Damn Robert Salt is also from Switzerland Oh my gosh Tell me that's a girl, not a guy, right? Yeah Yeah Papa Salt, yeah What a beauty She's the famous actress From the video She's not who? She's not who? That's a video She's not so any What is this? It's Papa Salt It's Papa Salt I don't have the PlayStation app So I can't see it Send a screenshot I don't know Actually, maybe don't We don't wanna get banned Yeah, no, don't send that You said Is she... What is she, like a porn star Or an actress? No, no, it's It's a girl we all know But she likes to send nudes And stuff But she's not a hoe Some guy Some guy asked her for nudes She said, no, no On your 18th birthday And exactly on his 18th birthday She sent him a video of her Masturbating What the hell? At this moment she had a boyfriend Yeah, she had a boyfriend Yeah No problem So she says, no She's She's not like that She's not that kind of girl She's not a hoe Yeah, she's not that She's not a hoe You're kind of a hoe if you send nudes Not gonna lie No, she's not a hoe She said it So she isn't She's our queen Oh, so she said that she's a hoe So therefore she's not Yeah, it's kind of like that Oh, exactly That's how it works Yeah Woo I don't know How long do you play, Igor? Since when do you play, Igor? Oh, me? Uhh I've been playing for, I don't know, maybe a year Okay Ah, wild It's not very fun if you don't have people to play with It's not very fun if you don't have people to play with Yeah True Oh, in a sock snipe You have to like pop assault She has PS4 On this big stone On this stone On this stone Ah, nice, you got it I'm moving up I think They just hate playing against us, no? I'm crying, I think It's so hard They're screaming, I think Yeah, 4 points Yeah, so for me I'm sure They get hunted They get hunted like We are the hunters Like they are just some play They are just Like the Jews back in the day Like the Uighurs nowadays We are the Jäger Jäger, right? Jäger Yes, yes And they are the... They are the prey They are the national I think He said it He said it What? What? Hahaha 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 Haha I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry Yeah, Sampan Hahaha Hahaha On Sunday I'm sorry I'm sorry Guys Guys I've... It's no fun to play against us Oh, he needed to be doing 3 degrees Normally Whenever I'm in... Normally when I'm in squads Even if we have a full team I mean we still lose sometimes So... Ramp and Freaks today And X-Atomics today also So... We're playing... So there since... Oh yeah We're playing Call of Duty, so... Ah, one guy over there Oh, careful, careful Nice One guy's on the left, 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 left there Hey, y'all need to push up if he's pushing up Get off! Get him Get him Get him Nice They're sick, they're sick, they're sick They're sick, they're sick, they're sick They're sick, they're sick They're sick Got one Skill-based matchmaking Kick Dino, you know Mmm, dear I gave one... One guy, uh... Just swallowed two hits, so... What's up, sir? He learned me from Papa Frank, what are you doing? What's up, Cammy? Oh, wild! Ah, but he can use me quickly Excuse me Yeah, I'll stay there first He needs to go He comes right through Yeah Wow, nice 7 You guys have like winter in Florida or not? Florida 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 In which area of the United States, uh... You live? Florida Yeah Florida Florida And south Florida 70 degrees Fahrenheit right now The fobby need to kick Yeah, what though? 30 fobby on Yeah, Fahrenheit is just Ah Just stupid Ah Celsius is down No one understands Celsius You push the table so hard, huh? Haha, not Papa Florida Papa go smash Florida Florida You need to get upstairs Do you want Sloughbeams come back? Go upstairs Come up those boxes Oh, what are you doing? God damn What the truth Little brain The other is a nice place 50 Cent 50 Cent 50 Cent Snoop Dog in my favorite country Haha Yo, Tikki, I actually thought I had to think about what he made his name! Haha Haha Match it! Have a sense! Have a sense! Have a sense! Yeah Well, you have to think about it more? Yeah, I have to think about that 5 had to think about it I have to think about it I have to think about it If it is spoken No, 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 no He wants I have a good player in the deck The name of a... ... of a... ... of a city Maybe it is... Maybe it is... Maybe it is a worse They got me in the middle I don't know if we ever lost a run with the crossbow I don't think we have... I don't think we have lost a game yet either No, we didn't lose a game yet Yes, not the most dead It was just... It's just... It's just... Ridiculous 2 kills Really good There is a ring... There is a ring... There is a ring for the level 28 No way Cool Too wild There is also a ring There is also a ring They say that just COD No, they do it too They do it too That he is already with the watches Yeah, but... There is also a ring And the neck And the neck And the skin And the nipple piercing Or so Inchallah Inchallah Dude, what's up brother? Inchallah 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 If you say Faba, you have to say Maschallah Inchallah Oh my gosh Oh my gosh I think he heard Inchallah 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 This is Faba This is Faba I'm sorry I'm sorry I'm sorry That was the actress Inchallah Oh So... I've never heard of her in America She must be just popular in Switzerland That's a shame No no, she's not popular She's a friend of all Like a... Like a... We know her Know her She... We are just fans Yeah No... She's in a friend group, you know Some guys wanted to fuck her Some didn't Some years ago She said she was a famous actress No no, she's not a famous actress Like a joke She's just a whole She could be If she wants On Pornhub Yeah, she could be Yeah, she's so sick She can't do anything She can't do anything She can't do anything She's still there She's still there She's still there She's still there Yeah, I'll push her Hey, there he is Nice to kill Let's push her, let's push her Let's push her Here comes the next one Oh Shit, he's behind you Nooooo That was sneaky First loss First loss It's the battle pass called This guy's They work well I hope we fight them again Yeah, they work well Wow, this one This one This one got really Dude, he's not killed Blood Left 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 One in the spawn I go back To cover the flag One guy Still in the spawn One guy One guy Still in the spawn Oh He Kills me with this Bullshit gun Come back Come back Come back Cover the flag I got him In a few seconds I think I think He got me in a few seconds No, I got him in a few seconds No, I got him in a few seconds Hey, my uh, my internet Oh yeah Yeah Your internet Yeah My internet sucks My internet sucks In the net Yeah Oh, he's right He's right He's right He's right He's right Yeah, exactly There He's right He's right No, your internet really sucks It's like Swisscom Hey, my internet cut out I got kicked from the game So I'm gonna hop off for the evening Okay Hey, that was a lot of fun boys Yeah Yes I got one of y'all's friend requests So Oh, yeah So yeah Hit me up when you guys are on again That was a lot of fun Yeah Yes We'll do that Tomorrow, maybe Yeah, yeah Sounds good But a little bit later Ah, yeah Yeah Okie dokie See y'all later Bye, bye 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 Like that Bye Hey Hey, what are you camping? Hey, man Who's there at the last? Hey Hey, I know I'm right back